Jetzt lasse ich mal die Farbe, ich habe mir gedacht, dass sie vielleicht ja noch immer höher wird. Vorher auch ein Pupferl geht schon rein, aber das sieht man noch gar nicht. Ich wollte nicht, dass es zu grün wird, das kann man natürlich jetzt spielen mit der Farbe. Das ist ein grünes Bambustäbchen gezeichnet mit Gummi. Das ist ein grünes Bambustäbchen. 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 Ich bin einfach am liebsten in der Kunstnacht in dieser Werkstatt. Das sag ich Ihnen ganz ehrlich. Ich habe noch nie viel gesehen von der Kunstnacht, weil ich immer da ja eben bin. Na ja, man braucht den Trubel auch nicht unbedingt. Nicht, gell? So macht es einfach Spaß. Und wenn ich dann sehe, dass die Leute auch gegeistert sind und jedes Jahr manche einfach immer wiederkommen sind und vor allem auch Drucker, die dann sagen, riecht das hier gut und schauen die auch gerne immer wieder zu. So. So. Nein ja, wer in den cis gymischen Rduks schon funktioniert. Man hat es nicht gehört weil ich sie. In Wessen habe ich es nicht. Zumindest nicht bei dieser Arbeit. Wenn man so eine einzelne Linie setzt, dann ist das wieder was wir machen und haben mit einem Tag noch ein Messer. Ich bin so gut, ich bin so gut. Mir macht die Techniker lieber, als ich bei der Natur finde, wenn der Druck passt, geht es ein bisschen schneller als Gradierung. Und bei der Natur gefällt mir nichts, als ich so viel Farbe hinstreiken muss und einstreiken muss und einreiben muss und dann mische ich wieder alles weg. Das ist eine Hellerbühne. Genau.